Servus meine Lieben und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Die Infected, mit dem Voucher und mit uns am Nameless. Uns ist gerade aufgefallen, dass wir natürlich noch den Zubereitungstisch brauchen. Wenn wir das richtig machen wollen und so ein ganz kleines bisschen, muss ich jetzt ehrlich gestehen, will ich hier nochmal was in Ordnung bringen. Bin jetzt nicht mehr so zufrieden. Gibt einen kleinen Abriss. Ich weiß nicht, ob wir das mit den Krokodilen jetzt gleich direkt angehen können, wenn wir aufstehen oder ob wir noch ein bisschen was zu tun haben erstmal. Weil, das gefällt mir jetzt natürlich so nicht mehr. Wenn wir den Zubereitungstisch noch bauen müssen, müssen wir da noch ein zweites dazu setzen, weißt du? Wie, habe ich den Topf jetzt nicht reingekriegt? Achso, ja, warte mal, ich nehme das kurz mal hier aus. So, ernten, ernten. Wenn du die ganze Zeit hier mit dem Essen rummachst, kriegst du Hunger wie Sau, gell? Was mit dem Topf? So. Hä? Achso. Okay, ich dachte schon. Also. Achso, ja. Hier einmal. Ich baue das jetzt ab, ja. Ich baue das ab. Und wir setzen das nochmal neu. Wir werden eh ein zweites Gewächshaus brauchen. Sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Ich würde sagen, so und dann mit X. Einmal. Scheiße, warum geht denn das denn nicht? Warum geht, ah, weil die Bretter da im Weg liegen, hoffe ich doch mal. Warte mal, geschwind. Es muss ja schon eine saubere Geschichte für uns werden, oder? Pass mal auf. Hühnchen. Zack. Zack. Jo, die Zeit nehme ich mir jetzt einfach mehr wie wir müssen. War das ein Schwein? War das ein Schwein? Oder war das der Lebens? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, scheiße. An was liegt es denn? Es gibt ja nicht viele Möglichkeiten. Liegt es am Lagerfeuer? Ich glaube nicht. Weißt du, was ich glaube? An was das liegt? Das liegt daran, dass das hier klitscht. Pass mal auf. Nochmal bestätigen. Wir wissen ja jetzt, dass es hier ist. Das werden wir gleich sehen. Es kann natürlich auch an der Tür liegen. Machen wir die kurz zu. Also, dass das hier so geht. Mach es mal runter. Kann man auch mal zufrieden sein, oder? So, drei Bretter, zwei Scheid. Okay, wir müssen Material holen. Das ziehen wir jetzt durch. Das ziehen wir jetzt durch. Moige. Ich habe irgendwie jetzt keinen Bock, den Wagen so zu richten. Komm mal her. Dann können wir nämlich beides draufstellen. Das sieht gut aus. Dann ist das halt unsere kleine Küche. Und wir bauen uns noch ein zweites Gewächshaus. Wo wir dann entsprechend nur Pflanzen reinmachen dann im Winter, weißt du. Aber Abstriche gibt es keine. Beim Spielen gibt es keine Abstriche. Das muss so aussehen, wie man sich wohlfühlt. Jetzt haben wir natürlich voll Sommer, ja. Ja, aber ist egal. Dann sind die Krokodile auch gut drauf. Passt ja dann schon. So, zwei, zwei und zwei. Einmal fertig. Hier fehlen jetzt noch drei Holzscheide. Das ist ein kleiner Baum. Und dann sind wir durch. Und dann stellen wir das gleich zurück. Und dann den Tisch noch auf. Den Zubereitungstisch. Weil den brauchen wir, wenn wir diese Mischung machen wollen. Schubdubidubab-du. Schubdubidubab-du. Einmal. Wollen wir den Tisch rechts hinten ins Eck machen? Ich würde schon sagen. Ja, da habe ich schon Bock drauf. Auf platzierbares, sonstiges Essen. Holzscheide zwei, zehn Bretter und Nägel. Na gut, dann fahren wir halt nochmal. Wir könnten natürlich jetzt hier, nachdem der Platz E verbaut ist, das auch so hinsetzen. Und dann können wir den Ofen gleich wiederholen. Pass auf. So, einmal. Bäm. 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 Na, habe ich da vorhin schon mal falsch gemacht? War der hier drin? Jo. Heißt aber auch, dass er direkt ins Essensding reingeht hier. Ich komme dann in die Pfanne. Guck mal. Da ist es aber. Hä? Gut. Ich wollte gerade sagen, das ist aber sehr genau. So, den müssen wir natürlich hier dran machen. Oh je. Ganz knapp. Ja, so wird ein Schuh draus. Und dann haben wir noch die Kiste. Das sollte dann später so sein, dass hier die fertige Nahrung dann irgendwann drin ist. Ich finde, jetzt sieht es schon mal ziemlich gut aus. Machen wir das hier hin. Das machen wir hier hin. Ach, das ging auch. Siehst du, das habe ich schon gar nicht mehr gewusst. Komm, wir machen den schon mal an. Dass er mal ein bisschen sich einbrennen kann. Gut. Vier Nägel, zehn Bretter. Dann würde ich sagen, spannen wir dann doch nochmal das Wegele an. Wie viel Uhr haben wir denn? Komm, wir pennen. Dann sehen wir auch ein bisschen was. War jetzt wieder eine Hortenacht? Nee, ne? Oh doch, scheiße. Shitty, schmitty. Oh Gott, der reicht aber für sieben Vampis, oder? So, Leute. Sieben Stück repariert haben wir das letzte Mal alles. Sollten wir normalerweise gut rauskommen heute. Sind wir jetzt schon bei sieben Vampis? Wie schnell es geht, gell? Ich muss halt warten, bis sie kommen. Ich würde gerne pennen. Kommt schon, Vampis. Wir haben doch nicht ewig Zeit. Da kommt der Erste. Drei haben wir schon. Was dampft denn da hinten so? Ist das, wo die herkommen, oder was? Vier. Fünf. Noch zwei. Einer müsste noch. So, jetzt können wir endlich pennen. Oh, die Materialien waren gar nicht schlecht, was sie dabei gehabt haben. Ein paar Minuten dauert es immer, bis man richtig kann, ne? Warte mal. Eins, zwei, drei. Zack, zack, zack. Jo, ist okay. Fast eine Schmelze vollgekriegt mit dem Zeug von denen. Coole Geschichte. Eisen hier rein. Machen wir kurz unser Saatgut hier rüber wieder. Räumen wir gleich auf. Das nenne ich dann hier rein. Das bleibt mal hier. So, jetzt gehen wir pennen. Stägen. Bist du etwa im Wem-Buddle? Nein, aber ich bin eine tote Taube, du Arsch. In Wirklichkeit war ich eine Möwe. So, jetzt. Ziehen wir gleich unseren Sonnenhut an, oder? Bei den Krokodilen gibt es ja wahrscheinlich kein Dunkler. Ich schlafe bis Energievolles. Wäre jetzt. So. Hut weg. Hut ran. Ganz kurz. Wie sieht es hier aus? Ich habe Fischle. Nochmal ein Stückle davon. Der Rest nehmen wir mit. Dann essen wir einen Maiskolben. Eine Gurgel. Dann essen wir den. Dann machen wir Trinkerle. Die sind jetzt beide leer. Eine 200er Ladung für uns. Die essen wir auch gleich. Hier ist dann alles soweit klar. Sauberes Wasser 200. Bam. Bam. Soll ich es gleich abkoren? Jo, komm. Wir müssen demnächst eh eine Kohlefarmrunde machen. Pfeile will ich noch ein paar mitnehmen für die Krokodile. Guck mal, jetzt haben wir hier eine kleine schöne Küche. Natürlich brauchen wir hier. Wir können uns aber auch eine Küche... Fly. Wupp, weg ist sie. Hat die was in der Pfote gehabt? Die war gut. Die hat mir jetzt schon wieder gefallen. Ich liebe das. So. Alt. Brauche ich das Lagerfeuer im Moment? Ich könnte auch Wasser abkochen am Topf, gell? Aber jetzt bin ich das hier schon gewohnt. Bleibt erstmal, wie es ist. Also, weiter geht es. Zwei Holzscheide. Jetzt machen wir das gerade mal ganz kurz. Jetzt ist sie soweit fertig. Wir wollen ja noch los heute. Das sollte man ja irgendwie hinkriegen. Zwei. Drei. So, meine Lieben. Das soll mal einer sagen. Der nimmt, das baut sich hier nicht auf. Zwei Holzscheide hast du. Weißt du was? Die kannst du mal hier ganz kurz ernten. Und dann würde ich einfach spaßhalber sagen. Die haust du hier rein. Die da. Was fehlt jetzt noch? Vier Nägel. Zehn Bretter. Also, auf geht's. Das ziehen wir jetzt durch und dann gibt es Krokodile. Keine Nägel mehr. Kein Problem. Zack. rum. Zack. Einmal Holz müssen wir holen und einmal Bretter durchjagen. Dann haben wir es. So, Leute. Das Leben ist schön. Und wen sehe ich denn hier? Wieso hier so nah unten an meinem Platz? 33,4 Grad. Jetzt stehen wir gerade voll in der Sonne. Und guck mal, wie langsam unser Wert runtertickt. Durch den Hut allein. Und wir können noch mehr Klamotten bauen. So, lassen wir noch mal kurz gucken. Hä? Die Krokodile, die sind ja gleich hier. Fahre ich uns gleich rüber. So, Schwabwübel. Da müssen wir einmal die Dinger hier beladen. Den kann ich ja schon mal hier hinschieben, dass wir nachher gleich loskommen. Und jetzt will ich noch mal ganz kurz reinschauen. Gegenstände, Essen und Trinken. Wie ist denn das gemeint mit der Melone? Ich meine, Pilze und Eier haben wir ja hoffentlich jetzt noch hier drin. Ich will mal gucken, ob ich da heute schon... Scheiße. Siehst du, was passiert ist? Die Eier sind wegspoilt. Pilze spoilen nicht Eier, ja. Schade. Ich dachte, ich habe ihn erwischt. Ist der Speer schon wieder kaputt? Wenn du ihn da direkt in den Kopf triffst, stecken sie schon einiges ein. Ich glaube, mein Speer ist schon wieder am Arsch. So, kommt noch eine Lage. Kühlschrank. Ja, oder? Das wäre jetzt blöd gewesen. Jetzt haben wir es wenigstens fertig. Jetzt wissen wir aber Bescheid, dass wir uns... Hey, wir bräuchten eigentlich auch einen Kühlschrank. Fünf Bretter sind es noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zubereitungstisch ist fertig. Jetzt haben wir leider keine Eier mehr. Aber das ist nicht so schlimm. Wir werden wieder an welche kommen. Jetzt gucke ich gerade mal. Irgendwas Cooles würde ich mir schon gerne bauen. Hier haben wir zum Beispiel Kartoffelkuchenmischung. Kartoffelkuchen bringt uns... Sonnenwiderstand. Was muss ich denn dann für die Kartoffelkuchenmischung? Ein rohes Fleisch, eine Kürbisscheibe, drei Kartoffeln und eine Zwiebel. Und das hier, was brauche ich dafür? Roher Speck. Gekochter Speck. Roher Speck. Durch das Töten von Wildschweinen. Ah, das ist gar nicht das Fett. Wir kümmern uns um die gute Nahrung dann, wenn wir zurück sind. Jetzt weiß ich das. Aber eine Zwiebelsuppe könnten wir uns schon gönnen, oder? Wird am Herd hergestellt, mindestens 100 Einheiten Wasser und eine Zwiebel in den Topf geben. Also, aber Zwiebel kriege ich doch hin, oder? Komm mal her. Zwiebel ernten. Zack. Dass wir mal irgendwas gekocht haben jetzt mit unserem neuen Dingelchen hier. So, kann ich da schmutziges Wasser nehmen? Weil das ja im Topf abkocht. Und kann ich die Zwiebel gleich dazu geben? Schmutziges Wasser und eine Zwiebel. War hier kein Rat, wo man sieht, dass es fertig wird? Ich gucke doch mal an, dass ich was falsch gemacht habe. Oh, wir kochen jetzt erst das Ding. Wird am Herd in einem Topf zubereitet. 100 Einheiten Wasser und eine Zwiebel in den Topf geben und kochen lassen. Wenn die super fertig ist, nehmen wir eine Lehmschüssel. Die Lehmschüssel? Hatten wir nicht schon eine Lehmschüssel? Lehmschüssel sind dreimal Lehm an der Wegbank. Naja, es kann sein, dass ich die verbrauche. Ich gucke mal kurz. Dreimal Lehm an der Wegbank. Eins. Kann ich mir normalerweise zwei schon mal bauen. Ich weiß nicht, wie viel man braucht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, es hat dieselbe Fassungsvermögen wie der Topf. Müsste er jetzt dann anzeigen. Wenn es im Moment ist, schmutzig. Zwiebelsuppe mit Lehmschüssel nehmen. Boah, das sind dann 100 Einheiten. Ich hau sie mir mal rein. Jo, wie ergib ich gleich. Aber die Lehmschüssel. Verbraucht sich, ne? Weißt du was? Weißt du was eigentlich? Ihr habt doch nochmal 100 Einheiten Wasser hier, oder? Schmutziges. Ne, 200 schmutziges. Äh? Habe ich jetzt einen Denkfehler? Oder nimmt der einfach alles, was du hast? Ja, der macht es leer. So, das kann man ja schon mal drauf stehen lassen. Die nächste Zwiebel ist dann schon mal gesichert. Den mache ich hier. Ne, halt, stopp. Ich habe ja extra. Jetzt komme ich hier. Aber jetzt bin ich angekommen. Jetzt bin ich daheim. Gefühlt. So. Fub. Fub. Die Nägel und das Ding bringen wir noch kurz weg. Pfeile wollte ich noch ein paar machen für die Grokos. Wir gehen nochmal ganz kurz rein. Gegenstände. Bundle. Wollen wir Knochenpfeile machen. Fünf Splitter, fünf Federn, fünf Stick, fünf Seil. Fünf Federn. Fünf Six. Fünf Seil. Fünf Seil. Federn habe ich. Fünf Sticks brauche ich nochmal mit zehn Sticks. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Komm, wir gucken mal, ob ich das hinkriege. Fünf. Fünf. Fünf Federn. Fünf Federn, fünf Sticks, fünf Seil und fünf Splitter. Ah, richtig. Splitter. Fünf Seil. Wenn ich mir das alles so schnell so immer... Weißt du, ich habe da echt kein Händler dafür. Was mir aber gerade eingefallen ist, wir sollten die hier machen. Sonst gehen die da nicht rein. Ich mache uns nochmal zehn Pfeile davon. Am besten mit einem kleinen Schnitt, weil jetzt drehe ich gleich durch. Ich habe es geschafft. Wir haben jetzt 20 Pfeile. Nächstes Mal, wenn wir die verschossen haben, ich mache jetzt keine neuen mehr von denen. Dann machen wir uns die besseren Pfeile. Die werden halt auch gegen die Krokodile dann nochmal geiler gewesen jetzt, aber gut. So, alles Tierische wieder rüber. Seile wieder rüber. Pflanzenfasern weggeräumt. Nägel ins Schränkle oben rein. Dann würde ich noch einmal hier alles nehmen. Und dann hauen wir ab, ne? Das haben wir ja gesagt. Es sind ja nur vier Krokodile. Mehr will ich ja heute gar nicht machen. So, Küpfie. Und ein paar Eiselen. Ein Aluminium. Oh, dann könnte man jetzt mit Aluminium das Dings draußen doch bauen. Jetzt haben wir unsere zehn Alu. So sind wir aufgestellt, ja? Essen, trinken müsste reichen. Scheiße, ich habe meinen Speer versaut. So, das war's. Jetzt lassen wir das hier. Das kann ich machen, wenn ich wieder da rein bin. Speer wollte ich noch kurz gucken. Also, der hier hat 44. Bogen hält er noch eine Weile. Der hält noch eine Weile. Und da wir jetzt nicht klopfen oder irgendwas, lasse ich die Werkzeuge hier und baue mir noch einen Speer. Und dann gehen wir wirklich los. Muss ja irgendwann die Sache machen, ne? Und zwar brauche ich nochmal einen Splitter, drei Stick, fünf Fasern. Fünf Fasern. Einen Splitter. Ach so, ja, die Sticks. So, waren's fünf Sticks? Ne, fünf Fasern waren's. So, zwei Speere haben wir auch. Also, Leute. Hauen wir ab. So, wie wir jetzt sind. Unabhängig davon, was passiert. Wir gehen zu den Groggos. Jetzt. Zwei Kisten habe ich drauf, leere. Da kriegen wir auf jeden Fall die Krokodilleder rein. Machen wir jetzt zusammen heute. Ich habe ja schon gerade bei den Pfeilen geschnitten. Vier Krokodil heute. Dann hauen wir direkt ab. Dann haben wir morgen spätestens den großen Rucksack. Und dann kümmern wir uns um die Stromgeschichte. Dass wir mal das Windrad aufbauen, dass wir einen Anfang haben. Ne, wir fahren jetzt querfeldein. Mach ich es ja nicht rum. Kurz einmal Energie tanken. Wie waren das damals? Ich glaube, zwei, drei Pfeile reichen doch für die Groggos, oder? Und dann steigen wir um, wenn wir daheim sind. Unabhängig davon, wie viele Pfeile ich jetzt wieder mit nach Hause bringe, machen wir uns einmal einen Köcher voll mit den Knochenpfeilen. Dann sind wir da auch aufgehoben. So, aber du wolltest eigentlich querfeldein spätestens dann ab der Kreuzung. Bin jetzt nochmal gespannt auf den hier im Biom. Was jetzt gar nicht mehr so auf der Map ist wie damals, erinnert ihr euch? Diese tiefen Schluchten mit dem Fluss, wo du gefühlt nie mehr rauskommst, wenn du an der falschen Stelle reingesprungen bist. Demnächst fahren wir mal mit dem Wagen bei uns in den See. Ich will gucken, ob das wie bei der Forest ist. Oder ob man mit dem durchfahren kann. Hier hat es schon mal geklappt. So, an dem See noch vorbei. Und dann sind wir schon fast da. Waren es damals dann weniger Krokodile heute oder mehr? Ich erinnere mich nur, dass es sogar so war, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, wir haben nicht genug Krokodile. Ich erinnere mich irgendwas mit 8. So, ich weiß natürlich nicht, wann es anfängt. Ja, ja, entspann dich. Setz mal kurz ab. Trink einen Schluck. Ja, wir sollten aber mindestens eine Haut reinkriegen. So, ab jetzt, ab jetzt kann es dann irgendwo mit den Krokodiles losgehen. Fahne, glaube ich, wo der Sumpf beginnt. Ich bin gerade mal ein bisschen hellhörig, dass ich wieder ein Gefühl dafür kriege, wann ich sie wo sehen muss und so. Sind die im Winter draußen, die Krokodile? Wäre es ja fast gescheiter, die im Winter zu machen, gell? Du siehst sie wahrscheinlich besser. Ist das da vorne eins? Ich lasse meinen Wagen hier stehen. Bis man mal das erste gesehen habe. Muss ich da jetzt richtig in die Brühe rein, oder? Moment, sehe ich gar nichts. Vielleicht dauert es aber auch wieder ein Weilchen, bis sie spawnen. Fahne ist eins. Baller. Nein! Nein! Da habe ich nicht dran gedacht. Da habe ich immer überhaupt nicht dran gedacht. Wer hätte denn gedacht, dass der Kollege hier ganzes Krokodil trägt? Wenn jetzt aber ein Krokodil, dann nehme ich die Dinge, hole ich kurz daheim die Schlachtbank, oder? Ohne Axt. Wir können natürlich spaßhalber, wenn es jetzt in den Wagen passt, das mit Heimfahren gucken, ob mehr als eine Haut rauskommt. Aber dann muss ich beides wieder mit hier runternehmen, ne? Ah, scheißen Dreck. Ich will ja jetzt gar nicht sagen, was das Krokodil in der Größe für Gewicht hätte normal, aber... Wäre besser, wir hätten die Haut direkt abgezogen. Äh, Neblis, oder? Jetzt weiß der Obscheid. Also ich fahre auf keinen Fall viermal heim. Also... Trüber. Es ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Ah, der mag schwindet. Lass mich mal kurz was gucken. Chemietisch, Werkbank, verbesserte Werkbank. Wo war denn das Ding drin, Leute? War der nicht da oben mit drin? Sägetisch, Kreissäge, Werkbank, Webstuhl, Chemietisch, verbesserte Werkbank. Wo war denn dieses Ausnehmending? Hier, Zubereitungstisch, zwei Holzscheit, zehn Bretter und zehn Nägel. Wir können sie ja mitnehmen, ich muss ja den Wagen eh ziehen. Jetzt bringen wir mal das Krokodil heim, dann machen wir es jetzt anders. Wir erledigen die Krokodilgeschichte morgen und nehmen unsere Schlachtbank dann mit runter. Wenn wir viel Glück haben, kommen jetzt zwei Leder raus. Dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir einfach das Krokodil mit dem Wagen dann nochmal holen. Es passen ja nicht mehr drauf, oder? Passt ja nur eins drauf, glaube ich. Damit habe ich überhaupt nicht mehr gerechnet, klar. Wenn es beim Bär schon so ist, warum soll es beim Krokodil anders sein? Also morgen machen wir einen Haken dran. Dann gehen wir jetzt nach Hause kurz, nehmen das Krokodil aus, versorgen es gleich. Und dann haben wir bestimmt daheim irgendwo noch einen kleinen Handgriff, den wir machen können. Dann läuft es halt so rum. Aber bisher kam, glaube ich, bei jedem Tier nur ein Leder raus, gell? Wird es beim Krokodil nicht anders sein, schätze ich mal. Wobei, wenn ich den Lappen angucke, sollte man da eigentlich schon einen Rucksack draus machen können. Das ist eine Mechanik, eine Kleinigkeit geändert und du hast es nach einer gewissen Spielzeit so verinnerlicht schon, dass man komplett nicht darüber nachdenkt. Immerhin brauchen wir das nicht liegen lassen, dann können sie mit dem Wagen heimfahren. Den Vorteil haben wir, es hätte ja sein können, ich gehe ohne Wagen los. Um es mal positiv zu sehen. Also gut, jetzt müssen wir uns mal überlegen, im Moment haben wir ja noch keinen Kühlschrank. Das Stromthema würde ich schon gerne angehen jetzt, weil... Warte mal, geschwind. Setz mal ab. Pass mal auf. Der hier bringt uns 20 Einheiten Strom. Ey, ich würde mir das wahrscheinlich gönnen. Es ist zwar ein bisschen kompliziert momentan, weil wir noch nicht wirklich viele Extraktoren und alles haben, aber ich würde mir das schon gönnen, dass wir den Kühlschrank in Betrieb nehmen. Dann sind die Sachen haltbar, dann geht nichts mehr kaputt. Und dann können wir auch ordentlich Zwiebeln und Eier weglagern, weil Eier habe ich jetzt ganz viele gehabt. Durchs Farmen halt, wir waren ja in den Cities. Und die sind alle gespoilt. Und die brauchen wir aber für dieses gute Rezept. Und Hühner töten ist jetzt nicht so meine Welt. Das heißt, wir müssten dann nach jeder Lootrunde die Eier direkt in den Kühlschrank stopfen. Können sie eigentlich nicht hin. Ja, du bist ein Buzzard. Ey, ich nehme die Werkbank dann mit runter. Wir nehmen die Werkbank morgen mit runter. Es gibt jetzt höchstens ein Leder, also es lohnt sich dann. Dann müssen wir noch drei Krokodile morgen schön machen. Schön, bis sich langsam abzeichnet. Jetzt müssten wir die Grundlage hier bauen und den ersten Teil. Naja, wird schon. Komm raus, Digga. Da liegt jetzt noch der Bär drin, gell? Scheiße, muss ich erst den Bär noch erledigen. Jetzt wissen wir, welchen Angriff wir heute noch machen können. Okay, da kann ich noch ein bisschen Trockenfleisch reinmachen. Dann würde ich mal ganz kurz sagen, wir essen, essen. Das andere tue ich mal da rein. Wird auch knallevoll sein bald. Drei, sechs, neun, zwölf. Okay. Wo ist es? Also. Auf geht's. Zwei. Wo hast denn dein Dings? Hä, wir waren komplett auf die Jagd eingestellt. Und nicht so sehr drauf, jetzt so frisch wieder zu Hause zu sein. Also, lieber Bär, mein Freund. Ist klar, das war total voll geballert sind mit Zeug. Ich lagere das jetzt aber hier kurz dazwischen. Ja. Ja, wie viel Trocken steht da, willst du denn da? Wir können mal gucken. Ich glaube, du könntest aus Fleisch auch irgendwas noch bauen. Vielleicht können wir es doch irgendwie verwerten, oder? Wir gucken gleich mal, ob es nicht ein Fleischrezept gibt, wo man nicht so viel anderes dazu braucht. So, GroKo. Ich fahre jetzt direkt. Müsst ihr das nicht normalerweise neben dem Fenster rausgucken? Ganz leicht. Hallöchen, mein Freund. Eine Krokodilhaube. Ja, dann nehmen wir den Tisch morgen mit runter. Verarbeiten wir sofort. Fertig. So, einfach machen wir das. Achtung. Wenigstens kriegen wir dann da auch gezielt Leber. Also wir müssen praktisch dann nicht wirklich darauf warten, dass wir mal eine Leber irgendwo erwischen. Es reicht aus. Wenn wir dann zu den GroKos gehen, machen wir GroKo-Jagd, haben wir unsere Leber. Braucht man nicht warten, bis ein Tier irgendwo spawnt, oder so, ne? Sudele. Also gut, eins haben wir. Ich hole es gleich, bevor es weg ist. Ne? Sonst liegt nichts mehr rum. Eins. Deswegen ist es vielleicht jetzt weniger wie früher. So, Leute. Am Anfang wäre getan, oder? Was hat hier noch gefehlt? Bretter jedenfalls und sechs Barren. Wie sieht es hier aus? Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und ne, es hat einen Haufen Pfeile gefressen. Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich habe das damals, glaube ich, schneller erledigt gebracht. So, eins, zwei, drei. Und dann kann das hier direkt weiterverarbeitet werden. Zack. Okay, also das machen wir morgen. Das nehmen wir dann mit. Willi, wo geh ich denn nahe, Diggerle? So, jetzt guck mal kurz in die Rezept-Datenbank rein. Essen. Also, passen Sie einmal auf. Das da fehlt uns Speck. Hier brauchst du ein rohes Fleisch, eine Leber, eine Kartoffel und eine Zwiebel. Sind die Zwiebeln gerade nicht fertig? Wie lange hebt denn die Leber? Vielleicht können wir die Zwiebeln erst rauswachsen lassen. 27. Ich baue jetzt das Ding auf. Eisenbarren, vier Stück. Eins, zwei, drei, vier. Hier sind die Kartoffeln. Aber die Kartoffeln haben keinen Spoiler-Timer gehabt, oder? Zehn Alubarren. Ah ja, wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir jetzt mal einen Kühlschrank brauche ich. So, fünf Blei und vier Kobalt. Da haben wir schon mal 20 Strom. Löschen zum Entfernen, Ende zum Bewegen. So. Platzieren. Strom. Weiß ich nicht, Bedienfeld war ja, glaube ich, dass ich sagen kann, was an oder aus sein will. Dann war hier Verteilerkasten. Da kann ich Gruppen bilden. Elektrisches Relais wird verwendet, um die Reichweite zu verlängern. Das ist die Verlängerung. Batterie ist eigentlich der nächste Punkt. Da haben wir das Tech noch nicht. Mit ein bisschen Glück. Können wir es aber auch ohne Batterie einfach, solange es windig ist. Ich zeichne den an, den früher oder später will ich ihn doch sowieso. So, ja. Drei Kupferbarren. Wir gucken alles. Wir machen das jetzt schon mal in Vorbereitung. Eins, zwei, drei Kupferbarren. Dann waren es elektronische Teile. Da haben wir bis jetzt gefunden fünf. Vielleicht machen wir noch eine Stadt. Wenn wir die Krokodilgeschichte erledigt haben. Das war unsere erste Stadtlootrunde machen, Leute. Da kriegen wir ein bisschen Eier mit Sicherheit. Wir werden wahrscheinlich noch Elektronik kriegen. Elektronik selber können wir aber auch herstellen. Aus Kupfer, Plastik und Kobalt. Und Plastik konnten wir herstellen am Chemietisch, gell? Der war bei Rohstoffen drin. Aus drei Ölkännchen und Rindenmulch am Chemietisch. Also komm, jetzt machen wir Anzeichenrunde. Den Chemietisch brauchen wir dann dafür, um das herzustellen. Den gönnen wir uns mal hier. Ne, hier will er nicht. Okay, ich kann aber natürlich, hier oben geht es ja dann irgendwann weiter. Ich schätze ihn jetzt einfach mal hier hin. So, was braucht der hier? Bretter, Glas, Nägel, Bleibarren. Den Chemietisch, den kriegen wir recht schnell fertig. Nochmal für uns. Ja. Um Elektronik herzustellen, brauchen wir Kupferbarren. Kein Problem, wir haben sogar eine Kupferhöhle. Plastik können wir oben herstellen. Kobaltbarren ist auch kein Problem. Wir haben eine Mine. Um dann entsprechend Ölkännchen, waren es jetzt, gell? Kupferbarren, Plastik. Um Plastik herzustellen, brauchen wir die Ölkännchen. Das heißt, wir müssen auch gucken, dass wir dieses Ölkännchen-Maschinchen da aufbauen. Was wiederum war, welches waren das für die? Muss ich gucken. Der Ölsauger war es, gell? Der benötigt aber 100 Strom. Mineralienextraktor, Lehmerden extrahieren, das ist auch nicht schlecht. Dann haben wir hier den Mischer, die Steinmühle. Ölpumpe benötigt Strom. Wenn mit Strom betrieben wird, wird der Treibstoff direkt in den Mineralienextrahierer gepumpt. Wenn er mit Strom betrieben wird, wird der Treibstoff direkt in den Mineralextrahierer gepumpt. Müssen die beieinander stehen dann? Oder ist es in der Spielemechanik so, dass es egal ist, wo sie stehen? Ja, aber dafür müssen wir erstmal Strom themen. Das kriegen wir jetzt alles so nicht so geschwindet. Wir müssen looten gehen solange. Leute, ein Krokodil haben wir. Drei sind noch offen. Erledigen wir morgen, indem wir A, dann die Kiste mitnehmen. Und leider habe ich jetzt aber kein Rezept gefunden, wo wir jetzt ganz viel Fleisch irgendwie zusammenknüppeln zu einem Spieß oder sowas. Zwiebelsuppe ist klar, Speckpaste brauchen wir als Schwein, Kartoffelkuchen. Ne, es bleibt eigentlich nur der Fleischeintopf. Für den brauchst du. Wird aus dem Herd Eintopfmischung. Also, da kriegen wir nur ein Fleisch und eine Leber. Eine Kartoffel, eine Zwiebel. Warte mal gespannt. Ich ernte mal die Kartoffeln. Sobald eine Zwiebel fertig wäre. Hätten wir zwei Zwiebeln, zwei Kartoffeln. Ah, da muss ich jetzt erst wieder reinfinden. Das ist gerade ein bisschen wackelig. Da hätten wir zwei Zwiebeln, zwei Kartoffeln, zwei Leber und zwei Fleisch. Zwei Leber, zwei Fleisch. Dann könnte ich die Mischung machen. Und aus der Mischung, wenn das rechtzeitig fertig werden würde, können wir am Herd dieses Zeugs hier bauen zweimal. Dann kriegen wir auf jeden Fall einen Gesundheitsbonus. Machen wir. Die Zwiebeln wachsen ja irgendwann raus. Und damit jetzt hier nicht alles kaputt geht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das trocknet trotzdem, das regnet, gell? Warte. Geht nicht, muss sie hängen. Zwei, drei, vier, fünf. Schade halt, ne? Komm, Waschbär, hol dir mal aus der Kiste ein paar Fleisch. Okay, meine Lieben, die Folgen werden immer länger. Ich weiß auch nicht, aber du kannst halt auch ewig spielen, ne? Ist immer was zu tun. So, jetzt warte ich hier auf die Zwiebeln. Morgen gehen wir die Krokodile holen, bauen uns den Rucksack endlich. Ja. Und machen uns hier zweimal das gute Essen. Den machen wir jetzt noch platt. Und dann haben wir eh schon wieder so viel angezeichnet. Weißt du, wie ich meine? Dann wechsle ich jetzt mal die Folge. Mich freuen, wenn ihr morgen wieder da seid. Dann geht es bei uns natürlich weiter. Es geht immer heiter weiter. Oh, guck mal, da kriegen wir einiges jetzt gerade mal reingestopft hier, ne? So, bis morgen. Bis zum nächsten Mal.